Ich teste heute für euch den Online-Supermarkt All You Need. Viel Spaß beim Schauen. Tschüss! Hi, willkommen bei Anna Testet. Ich teste heute für euch All You Need. Es gibt viele Leute, die können und wollen nicht im Supermarkt einkaufen, weil sie einfach nicht einkaufen gehen können, weil sie keine Zeit dafür haben, viel und lange arbeiten müssen. Dann gibt es Leute, die können aus körperlichen Gründen nicht und manche wollen es einfach nicht. Wird sogar keinen Bock drauf haben. Für die Sparfüchse unter euch habe ich hier eine wunderschöne Internetseite. Da kann man die Gutscheine bekommen und dann auch einlösen. Wie gesagt, heute All You Need. Startseite. Hier, diese Leiske. Da stehen Sachen, das werde ich euch mal vorlesen. Das ist frische Artikel, Lebensmittel fürs Frühstück, zum Schlickern, dann Getränke für die Haut, für Pflege halt, dann für die Reinigung, dann fürs Baby, Tierbedarf und für den Haushalt. Wir haben dann hier nochmal so eine extra Leiste. Da steht Bio, glutenfreie Rezepte und Expresskauf. So, dieser Online-Shop hat über 17.000 Artikel. Ja, so, wir testen das jetzt einfach mal. Und zwar, worauf gehen wir auf? Beauty. Pflege und Beauty. Wir gehen da ein bisschen runter, gucken hier die Angebote. Das sind so Flusspflege, Geschenke, Reisesachen, Gesichtspflege, Haarpflege, Handpflege, Körperpflege, Make-up-Entferner, Make-up für die Augen, fürs Gesicht, fürs Lippen, Nagellack, Parfüm, Düfte, nach Marken, ja, noch mehr Rasierpflege, Seifen, Sonnenkosmetik, Wellness, Gesundheit und Zahn- und Mundpflege. Ich möchte für euch heute hier ein bisschen was testen und zwar Peeling und Masken. Dann bestelle ich was, zum Beispiel, also man kann das aber auch hier nochmal sortieren nach und dann kann man beste Ergebnisse alphabetisch, höchster Preis oder niedrigster Preis, wie gesagt, für alle, die niedrigste Preis nehmen. Hier könnt ihr nochmal sparen, zusätzlich. Ja, und dann los geht's. Und dann bestellen. Ab zur Kasse. Man kann sich nochmal angucken hier, die ganzen Überblick, wie viel man bestellt hat, was man bestellt hat. Ja, dann gibt's auch noch was ganz Interessantes und zwar bei den frischen Artikeln. Geht mal runter. Alles frisch. Da haben wir, zum Beispiel beim Gemüse, nehmen wir mal Salat. Salat. Jetzt hab ich, okay, nehmen wir mal Pilze. Hier ist so ein blaues Symbol drauf. Das sieht man ganz selten da. Das kleine Pünktchen da. Das ist so ein Temperatur. Dafür muss man alles drauf bezahlen. Das hab ich aber auch erst gesehen, als ich bezahlt hab. Ich hab jedenfalls für euch ein Paket bestellt mit vielen Sachen. Gemüse, um zu gucken, wie es aussieht, wenn es ankommt. Dann was aus Glas. Ja, dann hab ich ein bisschen was zu trinken. Mit, mit, äh, ja, aus Glas zum Beispiel. Dann, äh, Körperpflege. So war's halt. Es ist auf jeden Fall günstiger, wie im Laden. Das steht fest. Ja. Und, wie gesagt, zur Kasse und kaufen. Hi, ich bin's, die Anna von Couponweb.de. Ich teste heute für euch den Online-Supermarkt All You Can Eat. Viel Spaß beim Schauen. Tschüss. Hi, ich bin's, die Anna von Couponweb.de. Hi, ich bin's, die Anna von Couponweb.de. Ich teste heute für euch den Supermarkt Online. So, willkommen bei Tested... Tested... Anna Tested... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020